... das saudi-arabische Regime zu verurteilen. Es gibt viele Menschen, die sagen, dass die Muslime nichts gegen Saudi-Arabien sagen, weil es das Hauptland der Muslime ist, weil es das Land ist, wo sich die Gaba, das Gotteshaus, befindet. Aber nein, das hat damit nichts zu tun. Ungerechtigkeit ist Ungerechtigkeit. Und wir Muslime, wir sprechen gegen Ungerechtigkeit. Wir erheben uns gegen Ungerechtigkeit. Vor allem erheben wir uns gegen Saudi-Arabien, die Ungerechtigkeit auf der Welt verteilen. Die weiterhin die ganze Zeit durchgängig durch irgendwelche Finanzkanäle die terroristischen Gemeinden unterstützen. Die unterstützen terroristische Gemeinden wie Boko Haram, Al-Nusra, IAS, Al-Qaida. Aber wir hier in Deutschland, es ist unsere Aufgabe als bewusste Bürger, dagegen zu sprechen. Es ist unsere Aufgabe, die anderen Menschen darauf aufmerksam zu machen. Gott sei Dank haben wir hier das Recht in Deutschland, die Gerechtigkeit auszuüben, dass wir das richtige Wort in der Öffentlichkeit ausüben dürfen. So welche Sachen sind keine Selbstverständlichkeit, meine ganzen Brüder und Geschwister. Das ist keine Selbstverständlichkeit. IS-Bombardiert, Saudi-Arabien finanziert. IS-Bombardiert, Saudi-Finanziert. IS-Bombardiert, IS-Bombardiert, Saudi-Finanziert. Unsere Stimmen rufen laut, Massenmörder alles laut. Unsere Stimmen rufen laut, Massenmörder alles laut. IS ist nicht islamisch, sondern durch und durch barbarisch. IS ist nicht islamisch, sondern durch und durch barbarisch. Saudi, Satan und IS sind das Menschen größte Pest. Saudi, Satan und IS sind das Menschen größte Pest. Saudi ist gegen Koran. Salafismus ist ein Wahn. IS ist nicht islamisch. Sondern durch und durch barbarisch. IS ist nicht islamisch. Sondern durch und durch barbarisch. IS-Bombardiert. 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 Saudi-Finanziert. IS-Bombardiert. Is-Bombardiert. Saudi-Finanziert. IS-Bombardiert. IS-Bombardiert. Saudi-Finanziert. IS-Bombardiert. IS-Bombardiert. Saudi-Finanziert. Wisst ihr, woher kommt IS? Wisst ihr, woher kommt die F? Aus dem Wahhabitenes. Unsere Stimmen rufen laut, Massenmörder alles aus. Massenmörder alles aus. Massenmörder alles aus. IS bombardiert. IS bombardiert. Saudi finanziert. IS bombardiert. Mekka gehört den Muslimen. Saudi sollen sich verziehen. Mekka gehört den Muslimen. Saudi sollen sich verziehen. Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier an einer großen Masse versammelt. Wir sind zusammengekommen aus ganz Deutschland, aus jeglichen Städten, aus Köln, aus Koblenz, aus Frankfurt, aus Nürnberg. Damit wir hier klarstellen können, dass die Muslime, dass die wahrhaftigen Muslime gegen den Terrorismus sind, gegen Saudi-Arabien sind. Aber es bedarf nicht einer Religion, damit man dessen klar wird. Es ist auch schon eine Sache von Menschlichkeit, dass man gegen Ungerechtigkeit, dass man gegen Unterdrückung, dass man gegen Vergewaltigung spricht. Dafür muss man nicht irgendeiner Religion angehören. Das sind Basisattribute, die ein Mensch in sich haben sollte. Deswegen schaut hierher, filmt, fotografiert, dass wir sind Muslime, die hier in Deutschland gegen all diese terroristischen Organisationen, gegen diese Regime demonstrieren. IS bombardiert! Saudi finanziert! IS bombardiert! Saudi finanziert! unsere Stimmen rufen laut! Massenmörder alles laut! Massenmörder alles laut! unsere Stimmen rufen laut! Massenmörder alles laut! Massenmörder alles laut! IS ist nicht islamisch, sondern durch und durch babarisch. IS ist nicht islamisch, sondern durch und durch babarisch. Saudi-Salafisten töten munter Zivilisten. IS raus aus dem Irak! IS raus aus Syrien! IS raus aus Syrien! IS raus aus Syrien! Saudi ist gegen Koran, Salafismus ist ein Wahn, Saudis Fahne hat ein Schwert, weil sie Mord und Terror lehrt. Saudis Fahne hat ein Schwert, weil sie Mord und Terror lehrt. Unsere Stimmen rufen laut, Massenmörder Alisson, unsere Stimmen rufen laut, IS bombardiert, Saudi finanziert, IS bombardiert, IS bombardiert, Saudi finanziert, IS bombardiert, IS bombardiert, Saudi finanziert. Wisst ihr, woher kommt IS? Aus dem Wahhabitenest. Wisst ihr, woher kommt IS? Aus dem Wahhabitenest. Unsere Rufe werden laut, Massenmörder Alisson. Kommens auf Kardanamu. Kommens auf K Is? Kommens auf Karte aus Klaasen. Kommens auf Karte. Epp Wahn.